Hallo, ich bin der Matthias, Bier-Sommelier und heute mal wieder bei Getränke-Werner am Ohrweg in Recklinghausen. Und heute probiere ich für euch die Biere von der Brauerei Zöthler aus dem Allgäu. Die Brauerei ist die älteste Familienbrauerei der Welt. Seit 1447 gibt es diese tollen Biere und Bier wird dort mittlerweile in der 21. Generation gebraut. Herbert Zöthler, der Seniorchef, zusammen mit seinem Sohn Niklas Zöthler. Und Niklas braut neben den zwölf tollen Standardbieren der Brauerei auch noch ganz besondere Craft-Biere, die ihr am besten aber dann probiert, wenn ihr mal wirklich im Allgäu unterwegs seid, in Rettenberg. Zu den Craft-Bieren gehören zum Beispiel ein Wit-Bier, also ein belgisches Weizenbier, könnte man mal ganz grob sagen, ein Baltic-Porter und auch noch einen ganz, ganz tollen roten Bock. Wie gesagt, die Biere probiert ihr am besten, wenn ihr mal vor Ort seid. Dann schmecken die natürlich auch mal besonders gut, gerade mit Blick auf die Berge. Und was wir heute hier probieren wollen, sind einmal das Bayerisch-Hell, ein Export und ein Kellerbier. Bei einer Bierverkostung fangen wir ja immer mit den hellen Bieren an, gehen dann ins Dunkle rein und fangen auch mit den Bieren an, die weniger Alkohol haben und steigern uns dann langsam mit dem Alkohol. Deswegen starten wir jetzt hier mit dem Bayerisch-Hell. Das Bayerisch-Hell hat ein Alkoholgehalt von 4,9 Volumenprozent Alkohol, liegt also im schönen Pilzbereich. Oh ja, das ist aber wirklich, wirklich hell. Wie ein ganz, ganz helles Pilsener Bier, recht still eigentlich. Also von Kohlesäurebläschen sehe ich jetzt hier nicht allzu viel. Das Schaum ist, ja, recht, recht feinporig, sehr, sehr hell. Klar, bleibt beim hellen Bier ja natürlich nicht aus. Und das Bier riecht grasig. Also simpel, grasig, ganz, ganz klar, nichts Kompliziertes. Und das ist eigentlich auch das, was ein Helles eigentlich auch ausmachen kann. Also ein Bier, was man einfach mit ganz, ganz wenig Widerstand trinkt, völlig unaufgeregt, mit keinen besonderen Aromen, die irgendwie ins Hopfenartige oder ins Malzige einschlagen. Ein völlig unaufgeregtes Bier. Mit einem feinen, ja wirklich ein ganz, ganz feines, malziges Bouquet, das jetzt auch wieder an Stroh erinnert und an helles Brot. Ah, das geht wirklich fein und mit den Zungen. Das ist schön rezent, also sehr, sehr fein. Macht den Mund auch angenehm trocken. Bringt dann tatsächlich auch noch so ein leicht, leicht fruchtiges Citrusaroma noch mit rein. Ja, und das ist so trocken, da muss man direkt einen weiteren Schluck nehmen. Also da macht es jetzt wirklich Sinn, dass wir halb Liter Flaschen haben. Ich bin ja eher ein Freund von den 0,33er Flaschen. Aber bei diesem Bier darf es ruhig eine große sein. Also eine halb Liter Kanne, da schmeckt das Bier eben auch schneller. Ja. Kümmern wir uns mal um das Export. Export und hell liegen ja von den Eigenschaften recht nah beieinander. Beide Biere haben weder Ausprägung, besondere Ausprägung ins Hopfenartige oder ins Malzartige. Bei beiden Bieren soll eine schöne Balance da sein. Das haben wir beim Export natürlich auch, genau wie beim hellen. Aber das Schöne am Export ist, wir haben von allem eben etwas bisschen mehr. Das heißt etwas mehr Malz, etwas mehr Hopfen. Und mehr Malz heißt letztendlich auch mehr Malzzucker. Und dadurch hat die Hefe wieder mehr Arbeit, darf also wieder mehr Zucker umwandern zu Alkohol- und Kohlensäure. Und wir haben am Export immer etwas mehr Alkohol als in einem hellen. Hier liegt der Alkoholgehalt jetzt bei 5,3 Volumenprozent Alkohol. Und da Alkohol ja auch Geschmacksträger ist, dürfen wir hier tatsächlich auch schon ein kräftigeres Aroma erwarten. Sowohl in der Nasen als nachher, wenn wir das Bier probieren. Und hellgelbes, sonnengelbes Bier mit einer schönen weißen Schaumkrone, die recht feinporig ist. Ah ja, und jetzt haben wir eben im Vergleich zu dem doch recht milden Hellen ein richtig schönes, fettes Aroma von Stroh. Von Strohballen, die der Bauer gerade so zusammengepflügt hat. Und auch die Hopfenaromen, dieses blumige, kräuterartige, grasige, das ist auch jetzt hier in diesem Bier viel stärker als in dem hellen. Also ein Export, wie gesagt, hat eine schöne Balance von Malz und Hopfenaromen, aber eben jetzt eben eine Stufe mehr und eine Stufe kräftiger. Ja, die 5,3 Volumenprozent Alkohol, die sollten wir gegenüber den 4,9 gerade eben auch schmecken können. Das sind zwar nur 0,4 Volumenprozent, aber man kriegt es schon mit. Das ist eben, was beim Essen immer dieses gute Stück Butter ausmacht. Also Alkohol wirkt als Geschmacksträger genauso, wie die Butter in der Speise auch als Geschmacksträger wirkt. Ja, und das schmeckt man jetzt eben auch richtig deutlich, dass wir eben doch eine ordentliche Schippe mehr an Malz drin haben. Also dieses, ja, so ein kantiges, strohiges Aroma, das begeistert mich total, weil es eben ja schön kräftig ist. Das ist geradezu kerniges Aroma, ne, das begeistert mich total, weil es eben sehr, sehr prägnant jetzt ist. Aber prägnant eben auch sind die Hopfenaromen, dieses Grasige, ne, das erinnert mich jetzt wirklich an eine, ja, also wenn ich jetzt an so einem Feld vorbeigehe, wo auf der einen Seite die Strohballen liegen, auf der anderen Seite noch, ja, noch das frische Korn irgendwie noch wächst und gerade dann auch noch ein Regen da war. Also wirklich, der Duft ist ganz, ganz toll, das, ja, das Geschmackserlebnis auch wunderbar und hierzu, ja, braucht es kein Fleisch. Das ist jetzt wirklich was für Geflügel und für einen ordentlich kräftigen Käse. Mit dem dritten Bier kommen wir nun zum naturtrügen Kellerbier. Das ist ein obergäriges Bier mit Hefe im Bodensatz und damit wir die Hefe eben von Anfang an auch schon im Glas haben, drehe ich die Flasche jetzt, sodass sich die Hefe schön löst. Und wenn ich die Flasche jetzt gegen das Licht halte, dann kann man sehen, dass ich jetzt so richtig schöne Nebelschwaden entwickle, so, dass die Hefe sich jetzt schön in der Flasche verteilt hat und dann kann ich die Flasche aufmachen. 1447 Kerabier, die Zahl weist nochmal auf das Gründungsjahr der Brauerei hin. Ja, die Flasche haben wir mal perfekt gedreht, ja, wir haben jetzt eine richtig schöne, tolle Trübung drin. Das Bier, ja, das hat etwas Bernsteinfarbiges, mit Orange ist mit drin und der Schaum hat jetzt auch eine leicht dunklere Farbe, ist aber auch noch sehr, sehr feinporig. Vom Hopfen her können wir schon so leicht, leicht fruchtige Noten riechen, die aber auch teilweise auch von der Hefe kommen können. Denn wir haben eine obergierige Hefe und obergierige Hefe bilden bei der Vergierung mal Fruchtester. Die zeigen sich im Weizen jetzt zum Beispiel als Bananenaroma. Hier haben wir jetzt wieder schönes Citrusaroma bei drin, eine leichte Orangennote. Ein bisschen Pampelmus ist auch noch mit drin, Ananas ist mit drin. Ein paar helle Beerenfrüchte. Ein bisschen Birne finde ich sogar auch noch. Und noch so eine schöne, leicht erdige Note, die von der Hefe kommt. Ja, etwas kräftiges, ja, es ist kein Roggenmalz drin, aber es hat so etwas kräftig warmes Malzaroma, das man so von schönen, dunklen Toast auch kennt. Diese Orangennoten, die kommen jetzt hier auch wieder richtig schön durch. Orange, was leicht Minzartiges ist, ist jetzt sogar noch mit dabei. Eine ganz, ganz tolle Rezenz. Auch wieder eine schöne, bittere, die das Bier unheimlich schön abrundet. Die malzige Süße, die wir am Anfang so haben, die wird von der Bitteren aufgefangen. Die Bittere, die bleibt auch richtig schön im Abgang dann hängen und macht wirklich Lust auf den nächsten Schluck. Ja, und wer mich jetzt fragt, was man dazu isst, will ich nicht sagen, gar nichts. Trinkt das Bier, das ist so voll von den Aromen, so komplex, das macht einfach so viel Spaß, dass ich mir das jetzt gar nicht mal mit anderen Aromen noch weiter aufwechern möchte. Das Bier ist so toll und wirklich abendfüllend. Man kann es wunderbar trinken. Es bietet gar nicht mal so großartig viele Widerstände, aber für jemanden, der was Geschmackvolles sucht, ein perfektes Getränk. Wenn ihr auch die tollen Biere von der Zöldler Brauerei aus Rettenberg probieren wollt, dann kommt doch zu Getränke Werner an den Orweg in Recklinghausen.